DW Deutsch lernen – mit Nachrichten Dienstag, 4. April 2023, 9 Uhr in Deutschland. Finnland will vorerst keine NATO-Truppen im Land. Das neue NATO-Mitglied Finnland hat nach Angaben der Militärallianz nicht darum gebeten, NATO-Truppen auf seinem Territorium zu stationieren. Bisher gebe es keine solche Anfrage, sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, der Nachrichtenagentur AFP. Russland hatte als Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands angekündigt, seine Truppen im Nordwesten in den kommenden Jahren zu verstärken. Finnland tritt an diesem Dienstag offiziell der NATO als 31. Mitglied bei. Nordweste